Hallo und servus liebe Freunde, ich bin der Zahle und es geht weiter mit INSIDE. Wir sind hier letztens an dieser Stelle stehen geblieben, unten haben wir die Turbine deaktiviert und versuchen jetzt hier in diesen Kern zu kommen, der hier äußerst so wichtig zu sein scheint für die Wissenschaft auf diesem Planeten oder an diesem Ort, an dem wir uns befinden. Denn alle haben mich ignoriert und hatten nur Augen für diesen, ich nenne es mal Kern und ich hoffe, dass ich da jetzt rein kann. Okay, 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 ich kann aber nichts anderes machen, als das zu ziehen, oder? Ich kann jetzt nur, komm komm, ich stemme es auf, hier geht es sofort zu. Eine Stufe, ich ziehe es noch ein Stückchen weiter nach oben und dann ist die Luke ganz auf, aber sobald ich es loslasse, geht es sofort zu und ich habe nicht genug Zeit, da durch zu schwimmen. Hier nach unten durch die Turbine kann ich auch nicht. Hm, okay, was kann ich tun? Soll ich da überhaupt rein? Das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Kann ich den wieder umlegen? Ja, kann ich. Okay, das ist also die Lösung. Wir brauchen die Geschwindigkeit von der Turbine. Und drei, zwei, eins und... Ui. Ha. Wow, 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 da beobachten sie also alle. Oh, du Scheiße. Leute. Was macht ihr? Das sind doch auch alles Menschen, oder? Die haben jetzt einen Klumpen. Was ist denn das für ein Klumpen? Ich muss da aber hin. Ich habe doch da nichts anderes übrig. Kann ich da etwas machen? Ich kann die Rain-Machines abziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, jetzt greifen sie schon nach mir. Oh je, oh je. Jetzt bin ich ein Teil von ihnen. Heiliger. What the fuck? Na, habt ihr Angst? Wow. Wow. Nein, nein, bleibt da noch, bleibt da noch. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Die Animation, die ist unfassbar geil. Atmosphäre. Komm, wir greifen uns das Ding jetzt. Machen hier alles kaputt. Junge, alter Schwede. Ach du Scheiße. Okay. Das ist ja diese, der wir sein wollten. Fuck. Fuck. Okay, aber trotzdem weiter. Die werden es bestimmt jagen wollen. Kann ich. Ich wollte gerade sagen, ob ich denn springen kann, aber ich scheint nicht nötig zu sein. Alter Schwede. What the fuck? Was zum Teufel? Okay, schwach sind wir schon mal nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Kommt die noch dazu? Ich kann mich da jetzt einfach durchrollen. Okay, ich rolle zumindest ein bisschen. Ich versuche, wieder durchzubrechen. Nee. Okay, die stolpern einfach von sich. Von selbst. War Zufall, dass das passiert ist, als ich draufgedrückt habe. Oh Gott, oh Gott. Wie zur Hölle haben die das animiert? Ach, die heben mich tatsächlich hoch. Wow. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin jetzt, ich bin echt sprachlos, das ist, wow, das ist einfach nur Hammer. So was Geiles hab ich noch nie gesehen. Nicht die, ja. Nehmen wir uns mit. Wow. Unglaublich, unglaublich. Nein, ich dachte ich würde diese Errungenschaft jetzt kriegen, als dieser Ball. Aber ich komm da jetzt gar nicht hin. Oh, eu, 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 eu. Wahnsinn. Aber ich warte jetzt gerade nur noch aufs Militär und bis sie mich jagen. Bist du der Boss? Oh Gott, oh Gott. Da. Zieh dir nur an, was du angerichtet hast. Zieh dir das nur an. Alle Opfer, die du hier verschmolzen hast, zu diesem Klumpen aus Fleisch. Wir haben ihn verschont. Es fallen immer wieder Teile von uns ab. Nach links ins Wasser, oder geht's nach rechts? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich käme mir vielleicht jetzt zu dieser Stelle mit der Errungenschaft, aber doch nicht. Also ins Wasser. Okay, das Wasser ist nicht tief genug. Ich kann mich ja selbst nach oben strecken. Ah, wow. 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 Ich weiß schon, was ich tun muss. So, oben diesen Knopf drücken. Und halt, hopp, komm, hoch. Nein. Nein, 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 nein. Das ist ein bisschen stückier ist es schon. Da immer Gliedmassen abfallen wird, die Stimmen aller möglichen Personen hören, die da drin sind. Das ist einfach unglaublich. Komm, ja. Ja. Unglaublich. Aber ich fürchte, die Leitung können wir nicht hoch. Werden wir jetzt wieder zum Jungen? Kann der Junge jetzt raus? Was müssen wir hier tun? Ach, können wir den Holzbalken vielleicht da jetzt drauflegen? Das ist ja natürlich hilfreich. Ja. Wunderbar. Und klettern. Mann, 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 Mann. Was passiert hier? Ja, du bist mutig, kleiner Mann. Leitern kann ich nicht erklären, definitiv nicht. Wieso willst du zur Tür? Ah, öffnest du die? Okay. Dann lassen wir dich das mal tun. Oh. Oh, das hat er gar nicht für sich getan. Das macht er für uns. Wow. Wow. Bitte? Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Wie helfen ihr jetzt alle? Was ist hier nur geschehen? Oh, die sind hilfreich. Oder wollen sie mich hier nur in eine Falle locken? Das sieht nicht ungefährlich aus. Können wir nicht aufstemmen. Aufreißen vielleicht? Aufdrücken? Nee, dazu reicht uns die Power tatsächlich nicht. Oh, dieser Mietlauf. Okay. Ich will aber die Kiste natürlich wieder so schleppen. Aber bringt uns das hier was an dieser Stelle? Nö. Wieder nach oben? Auch nicht. Wie sich diese Körperteile links da noch bewegen. Das ist unglaublich. Okay, dann nehmen wir die Kiste mal mit. Mal sehen, was zu tun ist. Okay, ich glaube, ich habe eine Ahnung. Nach oben zu werfen. Ah ja. Wir sind noch zu kurz. Und das vielleicht nochmal. Aber wieso? Ist das eine Sicherung, die wir damit gleich kaputt machen? Ah ja, tatsächlich. Damit wir durch die Tür kommen. Aber erstmal noch sehen, ob da rechts nicht vielleicht auch noch was aufgegangen ist. Nee. Nee, das kriegen wir auch nicht auf. Junge, Junge. Bitte was? Wir gehen hier doch nicht ins Feuer. Was? Was? Das ist doch nicht euer Ernst. Kann doch nicht euer Ernst sein. Ich muss da jetzt ins Feuer. Hm. 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 Scheint uns auf jeden Fall nicht zu töten. Scheint uns auch nicht mal weh zu tun. Aber wir können da auch nicht rein. Sehr Dank. Was nun? Diese Kiste ins Feuer? Aber wieso? Hm. 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 Tschüss. Zurück. Okay. Okay. Das war es einfach nur um das auszulösen. Das Feuer brennt aber noch. Wir ziehen die Kiste mal mit. Was sie sich da mal einfallen lassen wie das Spiel ist, ist unfassbar gut, unfassbar gut. Aber jetzt, ne das bringt uns hier nicht weiter, beobachten uns hier alle, immer noch. Da oben passiert noch immer nichts. Helfen die mir wieder? Die gucken nur. Und auch jetzt wollen wir nicht ins Feuer. Leute, Leute, was für eine krasse Scheiße. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. 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 Tschüss.